So, dann einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Exa-Eisfighters Leipzig gegen die Crocodiles aus Hamburg. Der Endstand 5 zu 0. Das Spiel wurde präsentiert von FITSTAR. Herzlichen Dank an unseren Fitnesspartner. Ich begrüße natürlich Jacek Plachter an meiner linken Seite und auch Sven Gericke. Als erstes bitte ich wie immer um das Statement des Gästecoachs. Guten Abend alle zusammen. Gratulation an Sven und sein Team zum vollverdienten Sieg. Wir haben uns vor dem Spiel so viel vorgenommen. Leider können wir das nicht umsetzen, dass der Sieg geht 100% verdient an Leipzig. Weil wir haben heute einfach zu wenig investiert. Das hat man gesehen, dass Leipzig einfach mehr Wille gezeigt hat, mehr Schüsse geblockt, mehr Zweikämpfe gewonnen. Und wir waren da in dem Bereich einfach nicht gut. Und wir müssen das einfach nicht abhacken, aber analysieren, weil natürlich ist jeder Punkt, jedes Spiel ist sehr, sehr, sehr wichtig. Aber ohne diese gewisse Leidenschaft, würde ich auch nicht unbedingt sagen, aber ohne die Kleinigkeiten, wo man die Spiele gewinnt oder verliert, die waren heute bei Leipziger Seite, bei uns leider nicht. Danke. Ja, du sagst, der Sieg geht verdient in Ordnung. Trotzdem so ein Tor für die gut 400 mitgereisten Fans, die jetzt von euch im Sonderzug mit waren. Wäre vielleicht trotzdem schön gewesen. Was möchtest du denen vielleicht da noch als abschließenden Satz mitgeben? Also gut, dass du mich gefragt hast. Weil ich habe durch diese ganze, das werde ich sagen, nicht aufregend, aber durch das Spiel von unserer Seite war einfach nicht gut. Da habe ich einfach vergessen, die Fans, also die Atmosphäre war fantastisch. Natürlich wollen wir einfach von unserer Seite unseren Fans mehr bieten. Heute war das leider nicht mehr drin, aber die Jungs haben eine super Stimmung gemacht und da möchte ich mich auch bedanken. Ich denke, das können wir auch im Namen von uns allen mal so zurückgeben, also auch an die Fans der Hamburg Crocodiles. Ganz, ganz großen Respekt, aber zuerst nun einmal von dir die Einschätzung zum Spielszenen. Hallo zusammen, Dankeschön erstmal und ich kann dir auch nur großen Respekt nicht nur an beide Fanlager sagen. Ich glaube, wir haben von der Stimmung her ein überragendes Spiel erlebt, aber wir haben auch ein für uns überragendes Spiel erlebt. Im ersten Rittel mit sehr viel Energie rausgekommen, mit sehr viel Laufbereitschaft, sehr viel defensiv, sehr gute Einstellung. Wir haben das Spiel versucht schnell und einfach zu halten. Ganz wichtig war der Big Save vom Patrick im ersten Rittel bei dem Alleingang, wo Hamburg die Scheibe in der neutralen Zone abgefangen hat. Es gibt natürlich der Mannschaft dann immer wieder auch einen gewissen Rückhalt, war sehr, sehr wichtig. Und wie wir dann weitergespielt haben, war stark und man hat dann im zweiten Rittel gesehen, dass wir vielleicht nicht mehr ganz so intensiv nach vorne gespielt haben, aber das Ganze sehr kontrolliert gemacht haben. Und wie gesagt, so die Laufbereitschaft, die Arbeit war sehr, sehr stark und ich sage das immer wieder und vielleicht wird es auch irgendwann mal langweilig, aber das, was meine Unterzahl Spezialisten da so von Spiel zu Spiel leisten, ist halt überragend und das ist so ein bisschen das Herz unserer Mannschaft, sieht man dort. Und da müssen wir weitermachen. Ich bin mega zufrieden mit den sechs Punkten an dem Wochenende gegen zwei sehr, sehr starke Gegner und von daher, besser geht es nicht. Es gibt nichts zu meckern heute. Ja, du sagst, es ist zwei mega starke Gegner, gegen die jetzt hier sechs Punkte geholt wurden. Nächsten Freitag geht es aber nach Krefeld. Ist das jetzt ein bisschen der Angstgegner nach dem letzten Krefeld-Spiel? Oder wie gehst du dann auswärts mit den Jungs da ran? Da haben wir noch eine Rechnung offen, ganz klar. Wichtig ist jetzt, dass wir einfach weiter von Spiel zu Spiel denken und den nächsten Gegner, der da kommt, und das ist Krefeld immer als den schwersten. Das ist auch so eine Floskel, ich brauche hier so ein Frasenschwein. Der nächste Gegner ist immer der schwerste und die müssen wir halt wirklich ernst nehmen, weil jetzt haben wir uns wieder eine gute Position erarbeitet, jetzt haben wir uns wieder da oben festgebissen und das war unser Ziel von Anfang an. Und deswegen ist natürlich am Freitag wichtig, dass wir die drei Punkte da holen. Und auch das geht wieder nur mit viel Laufleistung, mit viel Einsatzbereitschaft und mit vor allen Dingen defensiver Disziplin. Weil wenn du hinten die Intensität stimmt, du deine Checks zu Ende fährst, du die Schüsse blockst, dann kriegst du auch vorne die Rebounds. Dann hast du nämlich dort die gleiche Intensität und das brauchen wir. Sehr schön, dann würde ich an dieser Stelle um Fragen der Presse bitten, sofern es welche gibt. Sven, was hast du der Mannschaft in der Pause gegeben, die vor zwei Wochen war, weil das war jetzt eine ganz andere Gesichter zwischen Krefeld und Krefeld. Also in dem Wochenende Spielpause, was es vor zwei Wochen gab, seitdem nur Siege eingefahren, was hast du da mit den Jungs vielleicht gemacht? Pause. Nein, wir haben das doch gesagt, wir haben vor der, es ist immer, von außen sieht das immer, ja, hat man so einen anderen Blick auf die Mannschaft und dann denkt man, ja, muss doch funktionieren und hat doch funktioniert. Aber wir haben halt intern gewusst, dass einige Spieler einfach angeschlagen waren, einige Spieler gefehlt haben über Wochen. Und da fehlt dann so diese, du kommst nicht mehr auf 100 Prozent. Wir haben heute mit vier Reihen durchspielen können, jede Reihe war gefährlich, jede Reihe hat defensiv ihre Arbeit gemacht. Und wenn der Gegner dann nur drei Reihen hat, dann ist das einfach auch eine Kraftfrage. Und jetzt haben wir wieder unsere vier Reihen, wir können wieder richtig Gas geben und das merkt man. Und ja, dass dann die Körpersprache eine andere ist, wenn du Spiele gewinnst und wenn du vor allen Dingen immer in Führung spielst und die Führung dann auch durchziehst. Das ist eh klar. Aber ja, wir haben eine gute Erholung gehabt und die Jungs sind fit zurückgekommen und das war der Punkt, der wichtig war. Gut, dann hoffen wir, dass das so weitergeht. Mir bleibt an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal zu erwähnen an beide Fanlager ganz, ganz großes Dankeschön und großen Respekt für nicht nur ein schönes Eishockeyspiel, sondern auch eine grandiose Stimmung. Wir wünschen euch eine gute Heimreise, vor allem auch euren mitgereisten Fans, dass heute im Sturm alles gut geht und ihr alle gut sicher nach Hause kommt. Und ja, den Jungs eine gute Regeneration oder ein gutes Training diese Woche und wir sehen uns dann hier nächsten Sonntag wieder gegen die Moskitos aus Essen, dann wieder um 18 Uhr regulär. Bis dahin, eine gute Woche. Dankeschön.